Herzlich willkommen zur nächsten Runde Fragen und Antworten für die lokalen Gruppen. Das Angebot hier dient insbesondere den Gruppenleitern für Orientierung, für Sicherheit, dass ihr das Gefühl bekommt, nicht alleine zu sein, dass ihr eure Fragen und Probleme wirklich klären könnt und ich sehe zu, dass ich das alles zeitnah beantworte. Bevor es losgeht, noch eine Ankündigung. Es gibt wieder eine Menge Online-Kongresse. Und die nächsten Dreien, wo ich mit einem Beitrag, also mit einem Interview vertreten bin, das ist der Kriegsenkelkongress. Dann wird es auch ein Angst- und Panik-Kongress geben zu diesem Thema und es gibt dann auch noch einen Kongress, einen Online-Kongress zum Thema Missbrauch und in allen Dreien gibt es einen Beitrag von mir. Das Ganze ist natürlich wie immer kostenlos und ich werde es im Forum auch nochmal dann ankündigen, wenn es soweit ist, beziehungsweise den Kriegsenkelkongress habe ich dort schon angekündigt. Den findet ihr bereits als Eintrag. Dann noch was. Es ist mir eine wichtige Sache, dass ich sozusagen auch von euch Feedback bekomme, wie die Angebote insgesamt sind, was für euch hilfreich ist, was für euch vielleicht nicht so interessant ist. Deswegen habe ich eine Umfrage erstellt, beziehungsweise Wenke hat die dann letztlich ausgearbeitet. Ihr findet einen Link dazu im Forum. Da habe ich geschrieben, Umfrage, von welchen Veranstaltungen ihr mehr Termine wollt. Da wäre es hilfreich, wenn ihr da mitmacht. Ihr müsst einfach nur anklicken, worauf ihr am meisten Lust habt. Floating oder Tibetan Palsing oder was auch immer. Es ist da alles aufgelistet. Das haben wir schon eine Menge mitgemacht und das hilft mir einfach, euch sozusagen besser zu verstehen, was ihr braucht, was ihr wollt und ich richte mich dann auch danach. Also ich nehme das ernst natürlich und werde dann auch mein Angebot entsprechend anpassen oder weiter ausbauen, je nachdem, was ihr da anklickt. Also ihr könnt damit Einfluss nehmen. Das ist so die Message dazu auch. Ja, dann ist es ja immer so, ich rede ja immer viel von Trauma und Heilung. Was ich auch einfach nochmal reinwerfen möchte, ist, dass das Ganze, wenn man sehr gelitten hat und traumatisiert ist, auch Vorteile hat. Menschen, die besonders Entwicklungstrauma hatten, die haben ja keine Möglichkeit, also ab einem bestimmten Grad, haben die ja keine Möglichkeit gehabt, sozusagen sowas wie ein stabiles Ego, ich nenne es jetzt mal so, auszubauen, sondern die Menschen sind in einer großen inneren Not seit der Kindheit. Und eine Auswirkung davon ist, dass solche Menschen unheimlich authentisch sind und auf eine Art auch unschuldig. Natürlich sind dann da Muster am Werke, die destruktiv sind, aber insgesamt ist es immer wieder zu sehen, dass Menschen in großer Not, je größer die Not ist, desto näher am Kern sind diese Menschen. Und jemand, der das nicht hat, der eine stabile Persönlichkeit, ein sogenanntes funktionierendes Ego ausbilden konnte und damit erfolgreich in der Welt hier agieren kann, der hat niemals diese Authentizität und diese Tiefe, weil er das ja gar nicht braucht. Ja, der agiert auf höheren Schichten und ja, ist weder das eine noch das andere, es geht jetzt nicht um Bewertung, sondern ich will einfach nur sagen, dass ich das auch halt immer sehe, Menschen, die sehr, sehr verletzt wurden, dass man mit diesen Menschen ein sonst nicht mögliches Maß an Ehrlichkeit und Tiefe und Authentizität erleben kann. Ja, das wollte ich einfach nochmal auch den Betroffenen vielleicht auch nochmal sagen, dass das auch was sehr Wertvolles ist, auch für Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht traumatisiert sind, die erreichen oder die erfahren dadurch einfach eine andere Ebene, ja. Und das kann also auch für andere sehr wertvoll sein. Okay, also ihr habt wieder eine Menge Fragen geschickt, das heißt, es tut sich was. Lieber Gopal, ich möchte mich entschuldigen, dass ich dieses wertvolle Format für meine persönlichen Fragen partnerschaftlichen Probleme missbraucht habe. Ja, diese Dinge passieren nun mal und solange wir uns darüber austauschen können, gibt es kein Problem. Also, alles in Ordnung und ja, wenn du eine Frage zum Gruppenprozess hast, dann bist du immer herzlich willkommen. Hallo, Gopal. Erstmal herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich leite selbst eine Gruppe, die erst in einer mittleren Großstadt durch Regenzulauf sind es nach neun Monaten fast fünf Gruppen geworden. Ja, super, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Du sagst, Transformation kann es nur im ehrlichen Mitteilen der drei Ebenen im sicher empfundenen Gruppenfeld geben. Und nur Transformation kann eine Änderung im ANS und damit im Erleben des ehemals traumatisierten Erwachsenen erzeugen. Bildt hier auch die oft von dir zitierte Identifikation mit den Zuständen dieselbe Rolle? Wo genau endet echtes transformierendes Mitteilen und wo beginnt identifiziertes, in Klammern kindliches Ausagieren, das laut deinem Video vom 5.3. nicht zur Transformation führt? Wenn jemand starke körperlich-emotionale Empfindungen hat, sollten die im Sinne deiner Arbeit doch genauso mitgeteilt werden. Ab wann ist es für eine heilende Transformation aber nicht mehr förderlich, herzlichen Gruß? Der Punkt ist einfach, es geht um Identifizierung und Sicherheit. Wenn ich mit dem, was da ist, was da auftaucht, mich sicher fühle, das heißt, wenn der Erwachsene da ist, dann bin ich gleichzeitig ja auch nicht identifiziert und dann kann ich das, was da kommt, mitteilen, kommunizieren. Wenn ich überflutet werde, wenn also das, was kommt, für den Erwachsenen nicht zu halten ist, dann kann ich das erst mal, oder es wird schwieriger, das mitzuteilen und dann ist einfach die Tendenz, das auszuagieren. Und wenn ich es ausagiere, dann hilft mir das nicht, weil ich dann in der Kindheit unterwegs bin. Das ist einfach nicht hilfreich. Also das ist der Unterschied. Das hat auch nicht unbedingt was mit der Stärke zu tun. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand ganz extreme Zustände hat, daran aber stabil ist und die kommunizieren kann. Und es kann auf der anderen Seite sein, dass eine kleine emotionale Bewegung ein System völlig überfordert und derjenige in die Abschaltung geht oder ausagieren muss. Also das hat auch nicht zwangsläufig was mit der Intensität zu tun, sondern nur mit der Stabilität des Systems, wie viel das halten kann. Also Stichwort Containment. Und das Containment wächst eben dadurch, dass ich lerne, dass ein Gegenüber mit meinen Zuständen sein kann. Ja, das ist die Brücke. Und wenn da ein Gegenüber ist, was das, was bei mir ist, aushält, dann erfahre ich dadurch Stabilität und dann erhält mein System mehr Containment. Und das alleine zu machen ist schwierig, weil mir die Sicherheit durch ein Gegenüber fehlt. Natürlich kann ich das auch machen und ab einem gewissen Grad geht es auch dann wirklich alleine. Nur am Anfang, wenn ich eben noch in Entwicklungstrauma hänge, braucht es eben ein Gegenüber. Irgendwie ist es für mich auch ein bisschen verwirrend, was du schreibst. Ich frage mich so ein bisschen, was jetzt hinter dieser Frage eigentlich steckt. Also es wirkt auf mich ein bisschen viel Verstand. Also vielleicht guckst du mal, was das eigentlich ist, was hinter dieser Frage, hinter diesen Fragen steckt. Und vielleicht möchtest du ja das mitteilen. Lieber Gopal, bezüglich der Vertiefung lokaler Gruppen, wie du sie in den FAQs angeregt hast, wo siehst du die Grenze zwischen Tabu und Ausagieren? Was an basalen inneren Bewegungen von Anziehung und Abstoßung ist heilsam mitzuteilen, wenn wir uns als Gruppe darauf grundsätzlich geeinigt haben? Unten einige fiktive Beispiele. Ich würde mich freuen, wenn du sie kommentierst. Und ich schäme mich, sie zu benennen. Ich stelle mir vor, du bewertest mich gleich als primitiv und übergriffig. Ich bin übrigens ein Mann und mir geht es um Offenheit, Unschuld und Verbindung. Jetzt schreibst du hier ein paar Beispielsätze. Ich habe mir mal erlaubt, nur die Anfänge aufzuschreiben. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal sagst du ja, du schämst dich. Das heißt, eigentlich möchtest du die ja nicht mitteilen. Das heißt, ich werde nur die Anfänge lesen. Und damit wirst du dich etwas besser fühlen damit und sicherer. Und zum Zweiten, wenn ich nur die Anfänge vorlese, wird etwas deutlich. Das erzähle ich aber gleich noch. Also, deine Beispielsätze beginnen. Mit, ich sehe deine Brüste, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich sehe Falten in deinem Gesicht, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich bemerke die Form deines Körpers, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Danke. Also, vielleicht fällt dir selber jetzt schon was auf. Es geht darum, dass du bei dir bleibst. Ja, und hier kommen zwei Sachen zusammen. Das, was du beschreibst als Vertiefung und in Bezugnahme zu anderen. Ja, was ich ja rate nur zu machen oder zu beginnen, wenn die Gruppe sehr viel Vertrauen hat, wenn sie stabil ist und so weiter. Vorher würde ich nicht Dinge mitteilen in Bezug auf jemand anderen, sondern, also wen es betrifft, sondern bei mir bleiben. Dann natürlich, was du schreibst, Tabu. Die Haupttabus sind Liebe, Sex und Tod. Ja, und das, was du schreibst, geht eben in Richtung Sexualität, ja, Körperempfindung. Und natürlich ist es eine Herausforderung, das mitzuteilen. Und damit ist alles in Ordnung, wenn die Gruppe das halten kann. Ja, also wenn ich meine sexuellen Bewegungen in Bezug auf jemand anderen sage und die Gruppe ist stabil dafür, dann ist das total super. Ja, total super und das ist hilfreich. Weil letztlich geht es nur darum, Liebe, Sex und Tod. Und das ist das Eigentliche, worum es geht. Und wenn wir es schaffen, in der Gruppe das mitzuteilen, dann wird die Energie ganz massivst hochgehen. Aber, wie gesagt, wenn die Gruppe nicht stabil genug ist, um das zu halten, dann wird es eher nicht förderlich sein. So, deswegen sage ich am Anfang, bleibt bei euch. Sagt nichts in Bezug auf jemanden, sondern teilt einfach mit, was bei euch ist. Jetzt für dich speziell, wenn du diese drei Satzanfänge hörst oder gehört hast, dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass es da gar nicht um dich geht. Sondern du beginnst mit den anderen und da haben wir ein Problem. Das deutet auf die Verschmelzungsstruktur hin. Du bist beim anderen und fängst dann an mitzuteilen. Das ist einfach diese typische Situation dieser Struktur. Die ist nicht bei sich. Ich würde dir also empfehlen, von dem anderen wegzurücken und zu dir zurückzukehren. Und dann wirst du dort etwas finden, was mit den Sätzen, die du hier beispielhaft geschrieben hast, gar nichts zu tun hat. Weil das Eigentliche, was da ist, teilst du nicht mit. Sondern das, was du hier beschreibst, das ist einfach eine Schicht, die relativ weit oben ist. Warum? Weil sozusagen, da sind einfach viele Dinge davor schon am Werk. Du guckst da hin. Das heißt, du gehst von dir weg und stürzt dich auf einen anderen Körper. Aber dann erzeugt das Bewegungen im Körper. Das heißt, du bist dann auch von den Emotionen weg. Und das teilst du dann mit. Das ist in Ordnung. Nur ich sage dir einfach, da ist etwas drunter. Und das müsstest du mal anschauen. Und da kommst du dran, wenn du bei dir bleibst. Wenn du nicht den anderen nutzt dafür. Wenn du also bei dir bleibst, dann könnte es zum Beispiel sein, dass da große Einsamkeit ist, Verzweiflung, ein Riesenbedürfnis, Mangel etc. Könnte sein. Und wenn du da hinguckst und das mitteilst, dann passiert ein bisschen mehr. Weil am Ende ist es so, wenn die Energie hochgeht, dann erreicht die das Herz und die Gefühlsebene. Und wenn das über den Körper und über die Sexualität geht, dann muss man einfach gucken, es ist in fast allen Fällen der Fall so, dass sozusagen, dass die Folge ist davon, dass der Gefühlsraum nicht voll da ist. Das ist genauso, wie wenn es in den Kopf geht. Also wenn das Herz, wenn die Herzebene zu ist, das Emotionale, dann geht die Energie entweder durch den Körper, also nach unten oder ins Mentale. Also entweder haben wir das, was du beschreibst, also wo es in Richtung Sexualität geht, Körper oder es geht in den Kopf, in Richtung Geschichten erzählen. Das sind die wesentlichen Möglichkeiten auszusteigen. Also es gibt noch Leute, die steigen dann ins Genere energetische aus, also noch weiter weg. Ja, das ist aber jetzt, darum geht es jetzt nicht. Also guck mal, dass du bei dir bist und guckst, was da emotional ist. Mein Tipp wäre das. Und noch was, die Verschmelzungsstruktur, die hat einfach keine Grenzen. Es ist wichtig, dass du deine Grenzen nicht überschreitest. Ja, wenn du sagst, du schämst dich und das ist für dich ganz schwierig und so weiter, teile erst mal die Grenze mit. Statt die Grenze zu durchbrechen. Wir lösen die Grenze auf, indem wir die Grenze selber kommunizieren, nicht indem wir die durchbrechen. Also die Verschmelzungsstruktur hat zu wenig Grenzen, die Autonomiestruktur tendenziell zu viele. Und das heißt, wenn das so ist, wie ich vermute, ist es wichtig, dass du deine Grenzen achtest und die kommunizierst. Und damit kriegst du die Verbindung, die du dir wünschst. Die nächste Frage. Lieber Gopal, wenn in einer lokalen Gruppe alles durchgelaufen ist, wie du sagst, ist das dann ein temporäres Release oder kann es, wenn wir es immer wieder durchlaufen, über die Abende nachhaltig transformieren? Ist sich mitzuteilen bereits transformativ oder geschieht Transformation nur über das Floating? Hab Dank. Ja, das sind so Fragen. Da würde ich am liebsten gar nichts zu sagen, weil das ist nur, weißt du, damit lenkst du dich von dem Erleben und von der Erfahrung und vom Kommunizieren ab. Mach doch die Erfahrung. Geh in die Gruppe, teil dich mit und guck, was passiert. Weißt du, ich kann dir darauf jetzt antworten, aber damit helfe ich eher diesem Teil, der da weg will. Da ist was, was einfach weg will. Wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann interessieren dich diese Fragen nicht mehr. Wenn du wirklich dich mitteilst, interessieren dich all diese Fragen nicht mehr, weil das Kopf ist, weil das, ja, also, ich antworte trotzdem drauf. Der lokale Gruppenprozess ist gedacht, als Selbsthilfegruppe ist es kein therapeutisches Angebot. Es dient nicht für Prozessarbeit und es hat den Sinn, eine Stabilität im Nervensystem zu erzeugen. Mehr nicht. Es soll eine Plattform von Sicherheit erschaffen. Was dann da drauf passiert, entweder alleine, während der lokalen Gruppe oder in einem Therapiesetting außerhalb, das ist dann etwas, ja, worum es mir dabei nicht geht. Worum es mir bei dem lokalen Gruppenprozess geht, ist, dass wir überhaupt eine Plattform in uns als Individuum und als Gesellschaft bekommen, von wo wir überhaupt erst losgehen können. Ja, also Stichwort Plattform von Sicherheit im Nervensystem. Floating ist was völlig anderes. Floating ist Prozessarbeit. So, das heißt, da geht es darum, das, was nicht gelöst ist, mit möglichst, möglichst effektiv, möglichst effizient und schnell sichtbar, erlebbar zu machen und mit Hilfe eines Therapeuten dann auch zu wandeln. Das ist Prozessarbeit. Das braucht eine externe Stabilitätenform eines Therapeuten. Ja, weil ich mich da dem eigentlichen Konflikt bewusst nähere und nicht nur nähere, sondern wirklich aussetze. Das ist nicht das, was in den lokalen Gruppen passiert. In den lokalen Gruppen teile ich mich mit. Ich steige nicht in irgendwelche Prozesse und Konflikte ein. Ja, beim Floating geht es aber genau da drum. Da geht es darum, den Kernkonflikt anzuschauen und direkt aufzulösen, da, wo er entstanden ist. Und das braucht einen Therapeuten. Das geht nicht alleine. Zumindest an dem Stand, wo wir jetzt sind. Also, das sind so die zwei Ebenen. Natürlich gibt es da Übergänge, aber ich hoffe, dass das jetzt so ein bisschen das auseinander hält. Und die, also dieses Hin und Her zwischen lokale Gruppe und Floating, das gibt es immer wieder. Menschen, die das durcheinander bringen. Es gibt Menschen, die wollen dann Floating machen in der lokalen Gruppe. Ja, das hat miteinander nichts zu tun. Und Floating gehört nicht in die lokale Gruppe. Das ist was völlig fundamental anderes. Das braucht ein Therapeut. Und niemand hat von mir die Erlaubnis, Floating anzubieten. Ich muss es auch noch mal sagen. Unter dem Begriff Floating bin ich der Einzige, der das im Moment macht. Und wenn Therapeuten ausgebildet sind von mir, dann dürfen die das natürlich unter dem Namen auch anbieten. Nur im Moment ist es noch nicht so weit. Wenn du den Prozess in den lokalen Gruppen ganz und total machst, so wie von mir beschrieben, dann wirst du schon so viel Veränderung in deinem Leben erfahren, dass du vielleicht gar keine weiteren Angebote brauchst. Und tatsächlich ist das eigentlich so. Ja, wenn wir das total machen würden, bräuchten wir nichts anderes. Es kann aber sein, dass wir eben so verzerrt wurden, dass wir das eben nicht wirklich können, dass wir eben nicht alles von uns kommunizieren können, weil wir uns an sozusagen oberflächlichen Schichten verzetteln, sage ich jetzt mal. Und dann braucht es eben eine Therapeuten und dann braucht es vielleicht Floating. Aber vom Prinzip ist es eigentlich nicht notwendig. Lieber Gopal, ich würde gerne an einer lokalen Gruppe teilnehmen. Die nächste Anlaufstelle ist allerdings 70 Kilometer entfernt. Selbst eine Gruppe zu leiten, traue ich mir noch nicht zu. Wäre es nicht möglich und nicht auch hilfreich für angehende Gruppenleiter, mal ein Video über ein Zusammenkommen zu machen, also jetzt, da muss ich ja gleich mal einhaken, 70 Kilometer. Also wenn dir 70 Kilometer für deine Heilung, Transformation zu weit sind, dann kann ich dir echt nicht helfen. Also, was bitte sind denn 70 Kilometer in einem Land wie Deutschland? Ich bin rund um den Planeten gereist, um Heilung zu finden. Ja, also ich höre das mal wieder, ja, 70 Kilometer oder es kostet zu viel oder es ist zu weit und ich habe das und ich habe jenes. Leute, also, wollt ihr eine Transformation oder nicht? Ja, also wenn, wenn ihr eine Transformation haben wollt, dann müsst ihr alles investieren, nicht, nicht 80 Prozent. Ihr müsst 100 Prozent investieren, weil das alte System will das nicht, euer Abwehrsystem, das alte Schutzsystem. Also, wenn ihr da rumdümpelt, dann passiert nichts, ja, und das ist einfach traurig. Und dann sage ich immer, ja, also, wenn dir, wenn dir die 70 Kilometer in einem Land wie Deutschland mit der Infrastruktur zu weit sind, dann bleib zu Hause und leide weiter. Und wenn du genug hast, dann überleg dir, was dir die Sache wert ist. dann schreibst du, selbst eine Gruppe zu leiden, traue ich mir noch nicht zu. Ja, dann lass es doch, ja, dann lass es, dann wozu schreibst du die Mail? Wenn du dich nicht traust, wenn, wenn du auf diesen Kram reinfällst und sagst, ich traue mich nicht, ja, ich würde gerne irgendwie glücklicher sein, aber ich traue mich nicht, ja, dann leide doch weiter. Dann leide weiter, ja. Für solche Dinge habe ich null Verständnis. Ja, das ist das alte System, was dir dein Leben torpediert. Du könntest ja auch sagen, ich fange an mit einer lokalen Gruppe ohne Eintrag auf der Karte mit meiner besten Freundin. So. Und wenn du dich damit sicher fühlst, lädst du eine zweite Freundin ein. Und wenn du dich damit sicher fühlst, mach es öffentlich und lässt eine fremde Person zu. Und wenn du dich damit sicher fühlst, mach es ganz offen und lässt fünf weitere Leute zu. Ja, man kann das ja abstufen. Aber mit diesem Kram, was du hier schreibst, bist du raus. Und da hast du von mir keine Unterstützung. Wäre es nicht möglich und nicht auch hilfreich für angehende Gruppenleiter mal ein Video über ein Zusammenkommen zu machen? Vielleicht mit Menschen, die schon Erfahrung damit haben und auch solchen, die erst mit dem Austausch anfangen. Ich habe ja mehrere Videos inzwischen online, wo ich das ehrliche Mitteilen vorführe. Sogar mit Einblendungen. Wenn ich rausfalle aus dem ehrlichen Mitteilen. Es ist alles da. Es ist alles da. Aber wenn du nicht willst, dann ist es besser, dazu zu stehen und weiterzuleiten. Und wenn der Druck so groß ist, dass dir das alles scheißegal ist, Entfernungen, Hindernisse, Ängste, dann meldst du dich wieder. Ein Prozess von Anfang bis Ende, damit man sieht, wie der Ablauf ist und wie unterschiedlich das Mitteilen sein kann. Ich bin ein sehr stiller Mensch. Das wird mir immer angekreidet. Deswegen kann ich mir schlecht vorstellen, über was ich reden könnte und jedes Mal sagen, zum Beispiel, ich bin traurig, weil da nichts da ist, was ich sagen könnte. Habe ich in den anderen Videos schon erzählt, wie das ist, wenn man das Gefühl hat oder die Idee, dass da nichts ist. Schau dir das Video an von mir, nicht da sein dürfen. Das ist alles nur Abwehrsystem, das ist alles deine alte Geschichte und wenn du dabei bleibst, ja, dann bleib dabei, dann endet sich nichts. Dann leidest du noch nicht genug. Noch eine Frage. Kann ich bis dahin mit mir alleine echten Austausch üben? Ich merke, dass ich im Alltag versuche, angeregt durch das Quiz Ehrliches mitteilen, meine Gedanken wie beim ehrlichen Austausch zu formulieren, als Versuche, bei mir zu bleiben und das Du und Geschichten zu vermeiden. Was hältst du davon? Naja, ich erzähle ja immer und immer und immer und immer wieder, dass es eine Transformation und Heilung alleine nicht gibt. Du kannst das machen. Da wird nicht viel passieren. Natürlich kannst du am Anfang das Universum als Gegenüber nehmen, ja, aber der Raum, aus dem du das hier schreibst, ja, das ist deine Kindheit, wo kein Gegenüber war, wo deine Bewegung gebremst wurde und da hängst du drin und das sind alles jetzt nur Rechtfertigung und Beschreibung drumrum und wie gesagt, wenn du dabei bleibst, dann passiert überhaupt gar nichts und das unterstütze ich absolut nicht, ja, das sage ich dir in aller Deutlichkeit. und für mich, also, früher hat man ja sozusagen, da haben Lehrer, spirituelle Lehrer, die haben nicht alle Schüler angenommen, ja, die haben eine Auswahl getroffen, die haben nur Schüler angenommen, die bereit waren und das hier, was du schreibst, ist ein Fall, wo ich sagen würde, ja, wart nochmal, überleg dir nochmal, ob du wirklich eine Veränderung willst und dann kommst du wieder. Das möchte ich noch kurz sagen. Ich bin 54 Jahre alt und es macht mich wirklich traurig, wenn 30-Jährige sagen, sie hätten so viel Zeit vertan. Danke für dein Ton, du gibst mir Hoffnung, aus meinem Schneckenhaus zu kommen. Liebe Grüße. Ja, das Schneckenhaus, genau. Eine Pseudosicherheit, die dir dein Leben ruiniert. Dieses Schneckenhaus gibt dir keine Sicherheit. Das ist Isolation und Tod. Die Sicherheit, die du suchst, die findest du dann, wenn du gelernt hast, in Verbindung und in Kontakt zu treten und dass du heute als Erwachsen davon nicht mehr vernichtet wirst und dass ein Gegenüber oder Gegenüber da sind, ja, die was von sich mitteilen und dann ist dein Zuhause dieses in Verbindung treten können. Das ist dann dein Zuhause. Und das ist kein Schneckenhaus, sondern dieses Haus hat quasi keine Grenzen. Also, ich habe es dir sehr deutlich gesagt. Du kannst dir schauen, was du damit machen möchtest. Hallo Gopal. Zuerst möchte ich dir für deine sehr wertvolle Arbeit sehr danken. Ich habe auch eine Gruppe in meiner Nähe gefunden, die eine Heilpraktikerin leitet. Ich bezahle 5 Euro pro Treffen. Nach zweimaligem Treffen stellt sich nun eine Teilnehmerin so dar, dass sie in unserer WhatsApp-Gruppe Werbung für ihr Yoga-Studium mit finanziellen Angeboten macht. Mich verunsichert es nun, dass die WhatsApp-Gruppe zu kommerziellen Zwecken genutzt wird. Wie findest du das? Viele liebe Grüße. Was habe ich mit eurer WhatsApp-Gruppe zu tun, frage ich mich da. Da habe ich nichts mit zu tun. Und die eigentliche Frage ist ja, wie findest du denn das? Das ist die eigentliche Frage. Alles andere ist uninteressant. Hallo, Gopal. Heute teilte ich mich als erster von acht Teilnehmern in unserer Gruppe mit. Wie so oft fiel dabei innere Anspannung ab und es beruhigte sich so einiges in meinem System. Ich konnte zunächst aufmerksam dem Mitteilen der anderen Teilnehmer folgen. Jeder der weiteren Teilnehmer teilte sich auch tatsächlich ehrlich mit. Gegen Ende baute sie sich jedoch ein starker innerer Druck in mir auf. Ich spürte zunächst Hitze und innere Unruhe in meinem Körper und gleichzeitig ein aufsteigendes Gefühl von Wut. Ich konnte wahrnehmen, wie ich mich innerlich abkapselte und fühlte mich dem gleichzeitig ausgeliefert. Liebevolle Aufmerksamkeit den Mitteilenden gegenüber schien mir nicht mehr möglich zu sein. Nachdem der siebte Teilnehmer sich mitgeteilt hatte, teilte ich der Gruppe mit kurzer Erklärung leise mit, dass ich nun den Raum verlasse und warte die Gruppe darum, den Stuhlkreis wieder zu schließen und die letzten zehn Minuten ohne mich zu machen. Das lief auch problemlos und ging ganz unspektakulär vonstatten. Ich würde halt, dass wenn du das machst, noch einen Grund liefern. Das ist einfach wichtig für die anderen. Also nicht einfach rausgehen, kommentarlos, sondern wirklich sagen, warum kurz. Weil sonst fährt das die Gedanken hoch und jeder überlegt, was los ist, ob man Notarzt rufen muss oder nicht. Also ich würde wirklich dann einfach sagen, warum und dann kannst du das ja machen. Es konnte sich dann in einem separaten Raum das lösen, was gerade in mir war. Ich habe es dem Universum mitgeteilt, sozusagen. Es dauert auch gar nicht lange. Für dieses Mal glaube ich, dass es alles richtig gelaufen ist in Anbetracht der Situation. Bitte sag aber dennoch mal etwas dazu. Was empfiehlst du, wenn das eigene Mitteilen schon geschehen ist und zu einem späteren Zeitpunkt so etwas in einem geschieht, wie gerade beschrieben. Schadet oder nutzt es dem Gruppenprozess eher den Raum dann zu verlassen? Könnte es womöglich besser sein, im eigenen Zustand zu verweilen und auszuhalten? In Klammern den Zustand mitteilen, geht ja dann nicht mehr. Danke. Also aushalten, niemals, gar nicht. Also das ist überhaupt der falsche Weg. Aushalten ist das, wo es überhaupt gar nicht lang geht. Weil aushalten müssen wir was, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind und nicht weg können und nicht kämpfen können. Ja, nennt man Todstellreflex. Das ist aushalten im Kern. Wir tun Dinge heute, wir zwingen uns etwas auszuhalten, obwohl wir eigentlich heute die Situation ändern können. Also um Gottes Willen nicht aushalten. Es geht immer darum, als Erwachsener die Situation zu ändern, damit es uns wieder gut geht. Und jetzt so, wie du es beschrieben hast, ja, ist doch super. Du hast dich um dich gekümmert, bist rausgegangen, hast eine Möglichkeit gefunden, dich zu regulieren. Und das ist überhaupt, das ist ja gar kein Problem. In so extremen Zuständen, ja, ist das völlig in Ordnung. Da gibt es gar kein, gar kein Problem mit. Dieser Prozess, ja, der sorgt ja dafür, dass wir uns immer näher kommen und natürlich kommen dann auch mal, also kommen dann natürlich auch tieferer Schichten zum Vorschein. und es kann zum Beispiel auch sein, dass die am Anfang von der Gruppe kommen, ja, und dass du das dann mitteilst und dann löst dich es auf. In deinem Fall ist es am Ende gekommen. In jedem Fall, was da hochkommt, das wird beim nächsten Mal auch wieder da sein. Alles, was nicht gelöst ist, kommt zum Vorschein, ja, und wenn es jetzt am Ende der Gruppe aufgetreten ist, kann es sein, dass es bei der nächsten Runde eben schon gleich am Anfang da ist. In Wirklichkeit ist es immer da. Rund um die Uhr, das wird sozusagen nur aktiviert durch das Setting, und dann teilst du es irgendwann mit und dann kann sie es auflösen. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Und ja, also noch mal dieses Rausgehen Das heißt ja letztlich, dass das System hat noch nicht die Kapazität gehabt, diesen Zustand zu halten. Ja, kommunizieren ging jetzt aufgrund des äußeren Rahmens nicht. Und du wirst dann später, wenn du das mal kommuniziert hast, also wenn das aufgetreten ist und du hast in der Gruppe mitgeteilt, dann wirst du sehen, dass du in diesem Zustand immer mehr Stabilität und Sicherheit bekommst. das geht dann irgendwann so weit, dass du da Abstand zu bekommst und quasi dich das nicht mehr überfordert. Dann ist das wie so ein Hochfahren, aber du musst nichts mehr damit machen. Und das kommt dann durch das Mitteilen, durch das Kommunizieren. Und dann kannst du eben damit flexibel umgehen. Und so wie du es beschrieben hast, ist einfach das noch bedrohlich für das System. Und wie gesagt, dann muss man so agieren, wie du es gemacht hast. In jedem Fall, um das nochmal abschließend zu sagen, wenn sowas auftritt, geht es darum, ums Tun. Weil als Kind konnten wir nichts tun. Als Kind mussten wir aushalten, weil wir eben übermächtigen Bezugspersonen ausgesetzt waren und es nicht kommunizieren konnten und auch nicht entsprechend handeln konnten. Wir konnten uns nicht wehren, wir konnten auch nicht weg, weil die Eltern sind übermächtig und unser Leben hängt an diesen Personen. So, also erzählt uns das System heute oder kommt die Idee, wir müssen irgendwas aushalten. Nein, wir müssen gar nichts aushalten. Ganz wichtig. Das Leiden aufgrund von Entwicklungstrauma beenden wir durch Tun, durch Handeln, durch Gestalten. Und Meditation, das kommt dann später. Okay. Dann vielen Dank für eure Fragen und bis bald.